Ich führe euch zu den Korilla Affenbaum. Der ist hier übrigens. Was ist der? Der Koralla Koralla. Gorilla Affenbaum. Ich kann euch empfehlen nicht hierher zu gehen. Warum nicht? Was ja nur schrecklich ist. Zu meiner Rechten sehen sie lauter Nazis. Hier ist eine Steckpalme. Ich weiß nicht wo die ist. Meine Lieblingspflanze. Die Steckpalme. Schön. Die nicht anfassen. Warum? Das ist die mongolische Schildblume. Wenn man sie anfasst, verfaue nach zwei Tagen die Fingerspitzen. Hab ich ja gerade. Ja, viel Spaß. Was ist das? Ist das eine Pflanze oder ein Tier? Oh Gott. Das sieht sie halt erstmal aus. Das ist heiß hier. Ist das eine Pflanze oder ein Tier? Das ist eine Pflanze. Zu meiner Rechten sehen sie eine exotische Pflanze namens Fettfleck. Zu meiner Linken sehen sie eine exotische Pflanze namens Fettfleck. Das löscht so. Das waren hier nicht auch so komische Frösche noch? Ja. Die müssen wir auch noch suchen. Die müssen wir auch noch suchen. Leute folgt mir. Ich muss euch was lustiges zeigen. Ach da ist es ja. Fett. Das ist der Wasserkopf. Kaktus. Das sieht gut aus. Ist das der überhaupt? Ja. Das ist der Wasserkopf. Das sieht gut aus. Ist das der überhaupt? Ja. Das sieht man heute? Ja. Da steht aber was anderes da. Ferrocactus Hystrix. Das ist auch eine sehr schöne Form, meine sehr verehrten Damen und Herren. Super. Das ist der Mangrobenbaum. Hier sind bestimmt auch irgendwo dann Krokodile. Oder Fischi. Da sind kleine Fischis drin. Das hast du jetzt nicht aufgenommen, oder? Ja. Habt ihr Spaß? Ja. Nein. Nein? Papa, machen wir heute, also filmen wir noch den Kuchen backen? Filmen wir dabei? Du musst uns jetzt was fragen. Ja. Wer seid so. Warum bin ich hier? Kannst du dich jetzt rausziehen? Mhm. Nein. Das ist illegal. Nein? Nein. Wie süß. Kannst du jetzt weiter gehen? Ja. Ihr seid zwei Fettflecke. Nein. So Leute, wir verabschieden uns von dieser schönen Tropentour. Wir filmen noch mal bis zum Ende. Das musst du auch noch filmen. Mit dem Kuchen. Das gehört dazu. Nee, das ist eigentlich voll dumm. Bitte. So ein kurzes Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. I want you every way, need you every day Baby, don't you hesitate, hesitate Tied out like a shooting star Boy, you're like a work of art Say that you're mine You know you got all my heart Follow you wherever you are I'm by your side, huh? Words are shining like the sun Yeah, you're the coffee in my cup Couldn't ever get it now Feel up, take me up, oh, oh Don't you hesitate, need you every day Been lost in you, you're my heart Hi Leute, wir sind es nochmal Ich wollte noch sagen, dass wir jetzt da raus sind Und lasst ein Like und ein Abo da Und nicht zu vergessen, die Glocke auch aktivieren Danke, tschüss! Danke, tschüss! ... ... ... Vielen Dank.